Ja, grüß Gott! Was machen Sie denn da? Ich bin hier der Baumpad. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe einen ganz offiziellen Vertrag mit der Stadt Nürnberg. Und das ist eine Fläche für Wirtschaft. Und vorher war das bloß eine Schotterfläche, eine Geröllhalde. Das haben wir alles weg. Das ganze Lava-Geröll, das haben Sand hier gekauft. Sand, das ist ja interessant. Zeigen Sie mir doch mal, was da wächst. Ja, hier haben wir zum Beispiel den Zeltbeifuß. Eine Art, der extrem an Trockenheit angepasst ist. Artemisia Campestis. Und da daneben, was ist da noch? Was meinst du denn das hier? Ja, das kenne ich. Das ist ein Mohn. Der Glatschmohn. Ja. Das kleine, weiße. Das hier ist die Sandgrasnelge. Aha. Sie sind schon am Verblühen. Ein Exemplar. Ein Blütenstand ist noch voll in Blüte. Ein Bleiwurzgewächs, keine Nelkenart. Und das ist typisch für so Sandtrockenrafen. Hier haben wir ein Silbergras. Koriniferus carnesens. Das blüht jetzt aber noch nicht. Das ist eine sehr empfindliche Art. Und zwar braucht die Bewegung des Sandes. Sonst wird die nämlich überwuchert von anderen Pflanzen. Ja. Und die vielen Pflanzen außen rum sind jetzt hier wahrscheinlich gar nicht so günstig. Oder? Na ja, das kann sein, dass die das bedrohen. Da haben wir zum Beispiel wieder den Feldbeifuß. Und hier haben wir typische Sandmarkerasenart. Den kleinen Ampfer. Aha. Das ist die Nahrungspflanze der blauflügelchen Sandschrecke. Der blauflügelchen Sandschrecke. Die gibt es hier aber nicht. Hier weiß ich nicht. Vielleicht kommt es im Sommer. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Aber bis jetzt habe ich sowas noch nicht beobachtet. Auch nicht die Ödlandschrecken. Oh, da haben wir einen Stickstoffzeiger hier. Der sollte nicht da sein. Was ist das? Das reißen wir gleich mal raus. Das ist die Gänsedistel. Die Kohl Gänsedistel. Sonschus Oleracea. Oder Oleracea. Okay, und die muss weg hier. Kann man aber essen. Was ist denn das, was da blüht? Das ist die Ristenflockenblume. Und zwar die östliche Unterart. Centaurier Stöbe Orientalis. Das blaue daneben interessiert uns jetzt aber schon auch. Welches blaue? Na, die schönen blauen Blüten, die so viel da sind. Das ist der Lachenkopf. Sehr dankbarer Blühe. Das sind also lauter kleine Blütenstände. Also erst blüht die unteren auf und dann geht es weiter nach vorne. Also dauert ziemlich lang, bis die mal verblühten. Das sieht man auch. Wird gut von Hummeln und Bienen angenommen hier. Da sind ja richtig viele Hummeln, habe ich schon gesehen. Ja. Echis Vulgaris. Die Breitenblätter. Was ist das da unten? Das ist die Hunszunge. Die ist zweijährig. Die blüht erst im letzten Jahr. Hunszunge haben wir aber hier auch irgendwo. Da sieht man die Früchte schön, die an eine raue Hunszunge erinnern. Die bleiben auch an der Kleidung hängen und werden so transportiert. Da ist der Leindotter auf. Bitte? Da ist der Leindotter aufgeblüht. Oder ist er doch? Nein, das ist doch der Doppelsame. Ja, so ein Mist. Den können wir auch zeigen. Ja, dann zeigen wir mal den Doppelsame. Also, da blüht jetzt schon der Doppelsame, der schmalblüttliche Diplotaxis tenulfolia. Das wird als Rucola verkauft. Aha. Und das kann man natürlich wunderbar essen. Das sollte man auch essen. Weil sonst verbreitet es sich wahnsinnig hier auf der Baumscheibe. Und das möchte ich nicht haben. So kennen wir den sogenannten Rucola. Ja, genau. Und da in der, in dieser Blüte, da sehe ich ein Ungeheuer, ein kleines. Was ist das denn? Das ist die Laife von einem Marienkäfer. Oh. Welche Art es ist, kann ich jetzt aber leider nicht sagen. Marienkäfer reicht schon. Und die fressen doch die Läuse. Und da habe ich da vorhin welche gesehen. Da drüben, die schauen wir uns. Was heißt die Pflanze nochmal? Bergheilwurz. Und da sind ganz viele Läuse dran. Lauter Natternkopf. Und eine kleine Landschaft. Ja, das sind Sandsteine aus der hiesigen Gegend. Brütsanstein. Da weiß ich bloß den latanischen Namen. Ach, da sehe ich noch was. Das ist weiße. Die Ölrauge. Die Ölrauge. Die Ölrauge. Rucca Sativa. Das ist das eigentliche Rucola. Ja. Das sieht man hier schön. Die Dachdrespe. Das ist das Gras. Ja. Das ist das Graschel. Das ist das Graschel. Das sind das Graschel. Ja. Das ist das Graschel. So, wo ist jetzt nochmal der Hopfenglee? Das kleine gelbe. Und wo dann erkennt man den? Der hat so gelbe Blütenstände und die Blattlappen die haben am Ende eine Spitze. Und den Hasenklee, den will ich jetzt sehen. Der schöne. Ja, genau. So kuschelig wie ein Hasenschwänzchen. Ja, ganz putzig. 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 Ja, ganz putzig.